Der Autobild Pflegeratgeber, powered by Sonax. Während eines Autolebens wird der Lack extrem beansprucht. Sonne, Wasser, Salz, Insekten, Steinchen, alles muss die Schutzschicht abwehren. Bernd Volkens von Autobild mit Tipps und Tricks für einen glänzenden Auftritt. Das Auto ist von Hand gewaschen, ich habe das Blech von allen anhaftenden Rückständen befreit. Eigentlich wäre jetzt Zeit für das Verwöhnprogramm für den Lack, aber bevor das so weit ist, kümmere ich mich erstmal um die Kunststoffteile, weil die können mit der Zeit ausbleichen und dafür gibt es so einen Tiefenpfleger, der das verhindern soll. Der Sonax Tiefenpfleger reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummioberflächen im Außen- und Innenbereich. Die Pflegeemulsion dringt tief in die Oberfläche ein, Kunststoff- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen nachhaltig geschützt. Kleiner Tipp, man sollte dieses Pflegemittel vor dem Konservieren auftragen, weil Politurreste lassen sich so viel leichter vom Kunststoff entfernen. Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbaufrischung und einen tiefen, satten Glanz. Bevor das jetzt ans Wachsen geht, muss ich erstmal so die alten Rückstände hier runterholen. Dafür habe ich hier so einen Endkonservierer, der nimmt das alles ganz gut ab, poliert sogar ein bisschen, das heißt kleine Kratzer verschwinden und damit ist der Lack richtig vorbereitet. Der Sonax Premium Class Lackcleaner reinigt und inkonserviert den Lack. Er entfernt dabei Silikonfett und Wachsbelege. Die behandelten Oberflächen werden poliert und geglättet, feine Kratzer entfernt. Auftragen kurz einwirken lassen, mit dem Mikrofasertuch auspolieren. Viele Leute denken, polieren reicht. Stimmt aber nicht, weil eine reine Politur ist nur ein Schleifmittel. Das heißt, man trägt nur Lack ab. Man macht diese Krater, die Berge macht man so ein bisschen weg, damit es glatt wird. Man braucht zum Konservieren immer noch einen Wachs. Es gibt Kombiprodukte, die sind beides in einem, da erspart man sich natürlich logischerweise dann einen Arbeitsgang. Nach der Vorarbeit nun das Finish in zwei Varianten. Jetzt geht es ans Wachsen. Das hier ist Kanauba-Wachs, das härteste Naturwachs überhaupt. Viele Autofahrer schwören drauf. Ich trage es jetzt hier sehr dünn auf, das ist wichtig. Auch nicht in der prallen Sonne auftragen, abschnittsweise arbeiten. Und anschließend, nachdem es aufgetragen ist, kurz antrocknen lassen, um es dann mit einem Mikrofasertuch auszupolieren. Das Wachs bietet maximalen UV-Schutz. Der Lack wird extrem glatt und ist so bestens gegen Verschmutzungen geschützt. Bei diesem Wagen habe ich mich bei der Konservierung für eine Nano-Versiegelung entschieden. Die ist für neuere Lacke geeignet und soll bis zu neun Monate halten. Der Lack wird mit einer glasharten Hybridschicht aus Nanopartikeln überzogen und sorgt durch eine zusätzliche Fluor-Carbonanreicherung für einen optimalen Abperleffekt. Eine Stunde dauert es, bis dieses Hightech-Produkt komplett ausgehärtet ist. Die Versiegelung muss 15 bis 30 Sekunden ablüften und danach muss man sie mit einem Mikrofasertuch auspolieren. Die Sonax Premium Class Nano Lackversiegelung ist einfach anzuwenden. Das Anhaften von Schmutz, Insekten und Streusalz wird verringert. Dadurch ist der Lack besser geschützt. Und wenn Sie durch die Waschanlage fahren, reicht eine einfache Wäsche. Auf Zusätze können Sie verzichten. Ob Nano-Versiegelung oder die Behandlung mit Sonax Premium Class Canauba Care, der Lack Ihres Autos ist optimal geschützt. Das sieht nicht nur gut aus, sondern trägt auch maßgeblich zum Werterhalt Ihres Fahrzeugs bei. Der Autobild-Pflegeratgeber, powered by Sonax. Der Autobild-Pflegeratgeber, lipsorgeratgeber, Vielen Dank.